Hallo Sport- und Fitnessfreunde, ihr seht mich hier auf dem RA-13 von ASVIVA. Ein wirklich tolles Rudergerät, das zu Recht in die Klasse der semiprofessionellen Rudergeräte gehört. Warum? Es bremst hier die Bremswirkung durch Luftzirkulation. Das hört man auch sehr gut und das macht es so angenehm, aber auch so höchst effektiv. Also ihr Rudergerät führt zu Hause, um Rücken zu trainieren, um Latissimus, Rumpfmuskulatur und Beinmuskulatur zu trainieren. Und die Details des Gerätes, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Durch das moderne Design passt das Trainingsgerät perfekt in jeden Haushalt. Ein besonders angenehm weiches Gleiten des Sitzes wird durch die Rollenkonstruktion gewährleistet. Durch den handlichen Widerstandsregler ist jeder Schwierigkeitsgrad einstellbar. Nach dem Workout kannst du dein Trainingsgerät natürlich auch wieder ganz bequem verstauen. Und jetzt viel Spaß beim Training!